Ganz vielen herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung, sehr geehrte Damen und Herren, liebe KollegInnen, ich habe auch schon ein paar entdeckt und ich bin auch sehr froh über viele bekannte Gesichter, die ich hier doch sehe. Ich freue mich wirklich sehr über die Möglichkeit, nach unserem Gespräch jetzt hier auch nochmal eine aggregierte Form meiner These zum digitalen Zeitalter und zur Geschichte der Digitalisierung vorzustellen und ich freue mich auch sehr, wieder hier sein zu dürfen. Ich war vor, ich habe nochmal nachgeguckt, zweieinhalb Jahren, 2019 hier, hatte damals eben die Kreditwirtschaft besonders stark gemacht und dabei auf Algorithmen gesoomt und hatte dort historische Algorithmen aus der Kreditwirtschaft vorgestellt. Damit werde ich sie verschonen, obwohl die Kreditwirtschaft und vor allem die Sparkassen auch spannender ist, als man anfangs dachte. Ich hatte auch, als ich das Thema angefangen hatte, mir gedacht, oh Gott, oh Gott, aber insgesamt hat sich doch dann sehr schnell gezeigt, was da für ein großes Potenzial eigentlich in der Kreditwirtschaft legt. Ich werde es aber auch nicht komplett auslassen und möchte gerade die Arbeiten zur Digitalgeschichte der Sparkassen auch dafür nutzen, um diese These zu untermauern, was eigentlich sich in den 70er Jahren grundlegend historisch getan hat und damit diese größere Frage der Periodisierung stellen. Also ich werde von meinem Projekt ausgehend herauszummen auf deutsche, europäische und teilweise auch globale Entwicklungen der Digitalgeschichte. Einsteigen möchte ich aber mit einem kleinen, einem kleinen Befund und zwar ich diktiere. Das gebe ich offen zu. Ich diktiere meine E-Mails mit der Diktierfunktion meines Apple Computers und habe dabei gemerkt, dass mein Apple Computer leider ganz schön geschichtsvergessen ist. Und diese Geschichtsvergessenheit, so mein Befund, trifft auch auf diese größeren technischen neuen Umgebungen zu. Und zwar, wenn ich die 1970er Jahre diktiere, dann schreibt Siri, 1970er Jahre, das ist zwar formal korrekt, aber leider nicht so wirklich hilfreich. Und es sind Grüße aus der Vergangenheit. Was macht ein guter Informatiker, wenn er das sieht? Er wendet sich an die Community. Und hier bin ich auf etwas sehr Überraschendes gestoßen. Denn zwar gab es zu meinem eigentlichen Anliegen der 1970er Jahre als falsch diktierter Form keinen Eintrag. Aber es überraschten, es fragten einige NutzerInnen ganz überrascht, warum sie denn E-Mails aus dem Jahr 1960 bekommen, äh 1970 bekommen. Und zwar ohne Ansender, Absender und Betreff. Und dabei handelte es sich nicht um einen Einzelfall und auch um keinen Geist. Es riefen sogar Personen aus dem vom 1. Januar 1970 an. Also irgendwas muss an diesem 1. Januar 1970 ganz besonders sein. Und dem möchte ich heute nachspüren und dessen Rolle in der Digitalgeschichte deutlich machen. Der 1. Januar 1970, so habe ich dann recherchiert, war ein Donnerstag. In Berlin war es ein schneereicher Neujahrstag in der geteilten Stadt. Nicht viel sprach eigentlich dafür bei Temperaturen von etwa minus 12,8 Grad Celsius, dass dieser bedeckte Neujahrstag bis heute iPhone-NutzerInnen und Excel-Spezialisten verfolgen sollte. Im 1. Januar 1970 kommt allerdings in doppelter Hinsicht der Charakter einer Zäsur zu. Erstens verdichteten sich um 1970, so meine These, Digitalisierungsprozesse in vielen Bereichen, wie etwa der Kreditwirtschaft, so stark, dass von einer weitgehenden Durchdringung gesprochen werden kann. Zweitens ist der 1. Januar 1970 retrosprästiv als technische Zäsur einzustufen. Er markiert den Beginn der Computerzeitrechnung, der Genesis des digitalen Zeitalters. Die Unix-Zeit Version 6, maßgebliche Zeiteinheit fast aller digitaler Informationstechnologie, Klammer aus, außer Windows, Klammer zu, misst schlicht die vergangenen Sekunden seit diesem Urknall am 1. Januar 1970 in der Frequenz von einem Hertz. Für die NutzerInnen rechnet der Prozessor diese Digitalzeit in ein menschenlesbares Format, beispielsweise in die koordinierte Weltzeit. Jetzt möchte ich hier einmal erläutern, beispielsweise hat mein Vortrag, ist es jetzt wunderbar, genau 16.25 Uhr, so war das geplant. Für den Computer ist es 16.38.977.100. Es wird also umgerechnet von Unix-Zeit, was Sekunden seit dem 01.01.1970 sind. Wichtig ist es mir dabei zu betonen, dass diese Zäsur, die ich hier aufstelle von diesem 01.01.1970, keine absolute Zäsur ist. Und das gilt für alle Zäsuren, sie ist nicht absolut zu verstehen. Und es ist auch ein bisschen augenzwinkend. Und historisch ist sie einzubetten in eine Phase verdichteten Wandels revolutionärer Qualität, Zitat von Döring-Manteufel, Anselm Döring-Manteufel und Lutz Raphael. Ich frage also heute, wie lässt sich die Digitalisierung als historischer Prozess zeitlich einordnen? Und dabei ist es mir wichtig, dass die Digitalisierung nicht als externe Kraft zu begreifen ist, sondern dass sie gestaltet wurde von den Akteuren. Und dafür mache ich den Begriff der Digitalgeschichte stark, was ich begreife als eine neue Perspektive auf die Genese der Gegenwart, bei der man Computer und Software als historische Faktoren ernst zu nehmen hat. Denn etwa um das Jahr 1970 lässt sich in zahlreichen Industriestaaten und auch darüber hinaus der Beginn des digitalen Zeitalters ausmachen. Grundlegende Bereiche dieser Staaten, von der Bundesrepublik über die DDR bis hin zu den USA, Indien und China, basierten fortan auf digitaler Computertechnik. Ohne Computer ging es kaum mehr. Prozesse wie der Zahlungsverkehr, die Warenverteilung, die Personalbuchhandlung, die Berechnung der Rente oder die militärische Verteidigungsfähigkeit waren abhängig von Computern und deren Software geworden. Dies hatte weltweit Konsequenzen. Auch, und das möchte ich auch betonen, die globale Reichweite des digitalen Zeitalters noch weiterer Untersuchungen hart. Da bin ich gespannt und diskutiere gerne in der Diskussion weiter mit Ihnen. Heute werde ich mich vor allem auf Deutschland, Europa und die USA konzentrieren. Jenseits dieser Debatte um die Digitalgeschichte und die Geschichte nach dem Boom, also die Strukturbruchthese der Rönn-Mann-Teufels und Lutz-Raphaels, gibt es im Moment eine zweite viel debattierte Periodisierung. Und diese möchte nicht das Denken in Jahrzehnten neu justieren. Das war so die Kritik von Döring-Mann-Teufels und Lutz-Raphael. Die HistorikerInnen sind irgendwie wie Schäfchen, die hingehen und sich die 1970er Jahre angucken. Und wenn die abgearbeitet sind, dann gehen sie zu den 1980er Jahren. Und wenn die abgearbeitet sind und so weiter. Die Debatte um das Anthropozän geht noch grundlegender und hinterfragt auch das Denken in Jahrhunderten. Also Historiker beschäftigen sich mit dem 20. Jahrhundert und sind deswegen ZeithistorikerInnen und so weiter. Mit dem Anthropozän wird eine neue erdgeschächtliche Epoche ausgerufen, mit dem Menschen als dominantem Faktor. Das Spannende daran ist, dass gleichzeitig die negativen Konsequenzen des eigenen Handelns der Menschen deutlich gemacht wird, dass die Menschen diesem unterworfen sind. Die Scheidemarke wird hier etwa 1950 gesetzt. Das geht ebenfalls wie im digitalen Zeitalter oder der Digitalisierung mit einer neuen Zeitrechnung einher. Und zwar BP, was kein Ölkonzern ist, sondern Before Present meint. Und zwar würde die Radiocarbon-Methode durch die Abwürfe und Atombomben-Tests hinfällig. Und alles davor ist bestimmbar, alles danach nicht mehr. Daran beteiligen sich aber auch zahlreiche andere Naturwissenschaften, die die Geologie, die beispielsweise nach die These aufstellt, dass die Argumentation des Menschen, dass die Rolle des Menschen grundsätzlich ist für das geologische Zeitalter. Das Anthropozän ist zwar auch für die Digitalgeschichte äußerst interessant. Man kann beispielsweise danach fragen, ob es sich bei dieser Scheidemarke 1950 um den Beginn einer frühen oder eventuell auch das sehr umstrittene Proto einer Digitalisierung argumentieren lässt. Es sind sehr viele Ereignisse dort auch zu subsumieren. 1942 die Entwicklung des ersten elektromechanischen Digitalkomputers durch Zuse, die Z3. 1944 die lange geheim gehaltene Kolossusmaschine, unter anderem unter der Mitwirkung von Turing. 1948 der ENIAC. 1949 der Mark I. 1950, und das ist mir wichtig zu betonen, der erste sowjetische Rechner, um dort auch nicht nur ein US-zentriertes digitales Zeitalter aufzumachen. 1946 bis 1950 gab es die Macy-Konferenzen, aus der die Kybernetik geboren wurde als Leitwissenschaft mit der Informationstheorie als neuer Universaltheorie. Es ließe sich die These aufstellen, dass ohne Computer keine Atombombe existieren würde und der Computer eben das Anthropozän, also diese ganzen steigenden Graphen, also diese exponentiell wachsenden Entwicklungen ohne den Computer in der Art kaum möglich gewesen wären. Das ist ein Interpretationsangebot. Interpretationsangebot. Ich werde in meiner Konklusion dann darauf eingehen, weswegen ich die These des digitalen Zeitalters um 1970 überzeugender und zielführender finde. Dahin möchte ich Sie aber auf einen längeren Weg in den kommenden 36 Minuten mitnehmen. Beginnend bei den Grundlagen, also auf was für einer Basis stelle ich diese Hypothese des digitalen Zeitalters überhaupt auf. Dann werde ich einen Datensatz Ihnen vorstellen, der dabei auch empirisch hilft, diese These zu belegen. Ich werde Ihnen aber auch sagen, ein bisschen zeigen, wie ich damit gearbeitet habe. Und dann geht es auch um die Klärung zentraler Begriffe. Und da ist vor allem der Begriff der Digitalisierung wichtig, weil ich den auch etwas anders verstehe als der breitere Forschungsdiskurs, was aber dann nochmal deutlich macht, warum sich gerade der Digitalbegriff meiner Meinung nach als Zäsurbegriff eignet. In einem zweiten großen Block gehe ich dann auf eine kurze Vorgeschichte ein und zeige Ihnen dann an Beispiel mehrere Sektoren, wie sich die Digitalisierung in ganz verschiedenen Bereichen als dominante Kraft ausgewirkt hat, dass es ohne Computer nicht mehr ging. Ich möchte aber auch auf die Grenzen der Digitalisierung eingehen. Mal gucken, wie weit ich mit der Zeit komme. Ansonsten springe ich dann direkt in meine Konklusion und binde das nochmal zusammen. Als erstes zum Forschungsstand. In diesem Bereich des digitalen Zeitalters gibt es leider gerade sehr viel halbseitende Theorien in modernem Marketing. Sprech, mit dem digitalen Zeitalter verkauft es sich scheinbar gut. Beispielsweise Personen wie Karl-Heinz Bartling behaupten eine evolutionäre Entwicklung verschiedener Evolutionsstufen um 1990, das ist auch bei manchen HistorikerInnen verbreitet, dieses Datum, als irgendwie das Internet setzte sich durch, Computer setzten sich durch, zack, digitales Zeitalter und dann Evolution. Meine Chefin Martina Hessler in der TU Darmstadt mit meiner ehemaligen Kollegin Nora Thorade haben genau diese Evolutionsstufen auseinandergenommen und haben gezeigt, wie das Denken in 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 höchst kritisch zu beurteilen ist. Es gibt aber auch Personen wie Dr. Dr. Jörn Lengsfeld, der die These aufstellt, dass der Zeitraum vor dem digitalen Zeitalter als prädigitale Epoche bezeichnet würde. Sie umfasst sämtliche Epochen der Menschheitsgeschichte vor Beginn des digitalen Zeitalters, Zitat Ende. Hier also ein sehr universeller Ansatz. Ich hingegen bin der Meinung, dass diese Debatten nicht völlig zur Seite geschoben werden dürfen, denn sie zeigen die gesellschaftliche Relevanz des Themas, aber sie sind methodisch nicht befriedigend. Sie haben eine problematische Definition von Digital und Digitalisierung und deswegen müssen sich die HistorikerInnen meiner Meinung nach einmischen und das würde ich mit meinem Beitrag heute machen. Meine drei Leitplanken und Inspirationen sind dabei erstens die erwähnten Döring-Mandhäufe und Lutz Raphael mit ihrer Strukturbuchthese, zweitens Manuel Castells mit seinem Großwerk zum Informationszeitalter, was ich aber auch etwas kritisch diskutieren möchte und drittens die breitere SIXIS Community, Special Interest Group on Computing Information and Society und deren zentralen Werke. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass jüngst eine Springer-Reihe zur Geschichte des digitalen Zeitalters erschienen ist. Das ist also auch ein wissenschaftlicher Diskurs ist. Diese Reihe wird herausgegeben neben meiner Chefin von David Guggerli, Tiggel, Wallach, Zallmann und Daniela Zetti. Kommen wir zu den Grundlagen. Denn wie Herr Hildmann heute schon sehr treffend twitterte, heute wird es grundsätzlich. Der größte Teil meiner Erkenntnisse beruht auf eben jener Dissertation zur Digitalisierung der Kreditwirtschaft, jetzt jüngst erschienen im Wallstein Verlag. Das als kleiner Teaser. Darin habe ich die Fragestellung verfolgt, warum deutsche Kreditinstitute in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf digitale Computer und Software zur Abwicklung ihrer Geschäfte in Retail-Banking setzten und welche Wechselwirkungen dabei zwischen Programmen, Computern und Bankbetrieb auftraten. Dabei habe ich mir die DDR und die Bundesrepublik vergleichend und verflechtend angeguckt und diese Perspektive wird mich auch heute inspirieren. Auf der linken Seite sehen Sie eben das Cover meiner Dissertation. Das Ganze, wie Herr Hildmann auch schon deutlich gemacht hatte, ist eingebettet in das Projekt, ZZF-Projekt, Aufbrüche in die digitale Gesellschaft, gefördert von der Leibniz-Gemeinschaft. Hier habe ich mit Rüdiger Bergien, Jule Erdogan, Thomas Kasper, Janine Funke zusammengearbeitet und es gab noch weitere Projekte drumherum, beispielsweise von Jürgen Daniel, Annette Schumann, Rüdiger Hachtmann oder Michael Homburg. Das gehe ich jetzt auch schnell drüber, weil ich das später hoffentlich dann noch etwas ausführlicher ausführen kann und das möchte ich ergänzen um die Arbeiten meiner neuen KollegInnen an der TU Darmstadt, um Kevin Ligieri und Heidi Schweikert zum Beispiel. Das Ganze beruht, das möchte ich jetzt eventuell, genau im Chat habe ich den Link schon gepostet, auf einem Datensatz. Mein Vortrag heute, den Sie ganz am Ende dieses wunderbaren Buches finden, auch unter der DUI, die hier eingeblendet ist. Und darin habe ich jedes Mal, wenn ich einen Computer, Klammer auf Mainframe, gefunden habe, habe ich eingetragen, wann der wo angeschafft wurde. Verschiedene Tabellen hier erstellt aus der Kreditwirtschaft Bundesrepublik, Kreditwirtschaft DDR, aber auch DDR allgemein, Bundesrepublik eingemein. Also welche Institutionen haben wann, zu welchem Zeitpunkt, aus welchem Grund Computer eingesetzt und woher habe ich diese Information. Es ist eine Excel-Tabelle. Das sehen Sie hier. Eine Excel-Tabelle, die ich dann mit OpenRefine bearbeitet habe, um Inkonsistenzen, Schreibfehler und Probleme zu beheben. Das Ganze habe ich dann in eine Excel-Datei umgewandelt, wieder zurück. Das dann in eine PDF, weil auf dem Datenserver des ZZF im Moment nur PDF-Dateien möglich sind. Ich stehe aber auch schon mit der IT in direktem Austausch, um daraus zukünftig Linked Open Data zu machen. Hier springe ich einmal kurz aus meiner Präsentation raus, um zu zeigen, was ich meine damit, dass ich OpenRefine benutzt habe. Hier sehen Sie jetzt beispielsweise die Computeranschaffung international. Allgemein, das Datum war immer ein Problem. Das sage ich auch gleich vorneweg, eben aus diesem Grund der verschiedenen Datenformate. Aber was sich zum Beispiel hier relativ gut sich mitmachen lässt, ist der Typ von Computern oder das Unternehmen zu gruppieren und zu sehen, habe ich eigentlich dasselbe Datum in einem Datenfeld öfters drin. Dafür bietet OpenRefine als OpenSource-Tool die Möglichkeit der Textfacette, die dann erstellt wird, alles lokal auf dem Computer und bietet dann die Möglichkeit zu clustern und auf Basis von verschiedenen Algorithmen, die computerlinguistischer Natur sind, unterschiedliche Schreibweisen herauszufiltern. Ural, einer der ersten, der erste massenproduzierte Computer in der Sowjetunion, gerne vergessen. Es wird immer viel über Univec gesprochen oder IBM, aber der Ural ist ein früher Sowjetcomputer und der habe ich hier in dem Datensatz zweimal unterschiedlich geschrieben gehabt und das findet jetzt beispielsweise die Fingerprint-Methode heraus. Ich kann sie mergen, clustern und damit das Ganze dann vereinheitlichen. Soviel als Einblick in die Methodik, denn das ist mir hier bei der Digital Humanities auch wichtig, deswegen OpenRefine habe ich als wichtiges Tool empfunden. Gehen wir weiter zu den Begrifflichkeiten. Was verstehe ich denn eigentlich unter digital? Im Zentrum meines Vortrages steht der Prozess der Digitalisierung. Digital stammt dabei etymologisch vom Lateinischen digitus ab, was Finger oder Zehe bedeutet. Das verweist auf den zählenden, diskreten Charakter des Digitalen. Die informationstechnische Semantik gelangte Mitte des 20. Jahrhunderts über das Englische dann ins Deutsche. Dort verdrängte es den medizinischen Fachterminus, den Finger betreffend, was man in alten Treffern auch wirklich noch so findet. Die Wortbedeutung von Digital und Digitalisierung waren umstritten und keineswegs stabil. Sie entstanden in besagten Macy-Konferenzen in den späten 1940er Jahren in dezidierter Ablehnung vom Analogen. Im Zuge der informationstechnischen Transformation wurde Digital ab 1960 häufiger verwendet. Bemerkenswert finde ich dabei die Bedeutungsaufladung von Digital als dem Besseren oder auch als dem Modernen. Beispielsweise eine CD, die besser sei als die Schallplatte oder einem Unternehmen, was digitalisiert sei, wo man früher gesagt hatte, es modernisiert sich. Der Begriff stieg schließlich anfangs der 2000er Jahre zur universellen Beschreibung technischer Veränderung der Gegenwart auf. Das verrät zwar viel über die jüngste Gegenwart, wie Armin Nasseh auch schön gezeigt hat, es trug aber weiter zur analytischen Entleerung des Begriffes bei, wie ich am Anfang deutlich gemacht habe. Dieser soll hier entgegengewirkt werden, um die Geschichte der Digitalisierung beziehungsweise des digitalen Zeitalters zu erzählen. Ich verstehe dabei zwei Dinge unter Digitalisierung. Einerseits Digitalisierung als technischen Prozess. Damit meine ich die ziffernmäßig zählende elektronische Repräsentation von Werten und Signal. Das ziffernmäßig zählende bezieht sich erstens auf die Darstellung von Werten in Rechenoperationen durch Maschinen, zweitens auf die Kodierung aufgezeichneter und übertragender Signale, beispielsweise akustischer oder optischer Art oder drittens der Art der Anzeige von Ziffern. Ein Beispiel wäre hier die Digitaluhr zur Feier des 20. Jahrestages der DDR, die produziert wurde. Die zeigte die Ziffern digitaler. Wichtig, digital bedeutet dabei nicht zwangsläufig binär, auch wenn es die häufigste digitale Repräsentationsweise seit der von Neumann Architektur ist. Daraus entstand wiederum das Binary Digit Bit, das sich zur wichtigsten Maßeinheit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte und damit das Atom ablöste. Also vom Atomzeitalter in Anführungszeichen zum digitalen Zeitalter. Wichtig ist, es geht auch anders, wie beispielsweise der Tenair-Computer Setun in der Sowjetunion gezeigt hat. Im Gegensatz zu einer analogen, also analogisierenden Form, stellt eine digitale Repräsentation die Werte nicht in einer kontinuierlichen, sondern diskreten und damit abstrahierenden Form dar. Meine Definition unterscheidet sich dabei von der breiteren Verwendung des Begriffes digital, dass ich es besonders auf das elektronische eng führe, um damit einen Differenzcharakter zu bekommen. Zweitens verstehe ich unter Digitalisierung als historischen Prozess die Verbreitung von digitaler Informations- und Kommunikationstechnologie in allen Bereichen und deren Durchdringung, von Staat über Gesellschaft bis hin zur Wirtschaft. Computerisierung ist dabei ein Teilprozess der Digitalisierung, innerhalb derer der Computer die dominante Technologie war. Nun stellt sich die Folgefrage, was ist der Computer? Der Computer ist ein elektronisches Gerät, Zitat, elektronisches Gerät zur programmgesteuerten Verarbeitung von digitalen Daten, Zitat Ende, so das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Also wichtig ist, es ist eine frei programmierbare Maschine beziehungsweise speicherprogrammierbare Maschine. Es ist eine Turing-vollständige Maschine mit der Behauptung der Universalität. Und es ist aber auch wichtig, dass eine semantische Vielfalt in den Quellen bestand. Es bringt also nichts, immer nur nach dem Computer zu suchen, sondern es wurden ganz unterschiedliche Begriffe zu dieser Maschine attribuiert, beispielsweise Elektronengehirn, DV-Anlage und sehr viele mehr. Diese freie Programmierbarkeit geht eng einher mit dem Softwarebegriff. Und hier möchte ich auf eine weitere Definition hinweisen, die mir sehr viel gebracht hat in meiner Dissertation und die ich auch für sehr sinnvoll halte, möchte man sich den soziotechnischen Mandel durch die Digitalisierung angucken. Denn wenn man Software als Programm versteht, verschenkt man sehr viel. Und deswegen habe ich Software breiter definiert in Anlehnung an die Deleuze Schule als Assemblage aus Programmcode, Dokumentation, Arbeitsanweisungen, Betriebsprozessen, Routinen, Regulierungen, Hardware, den MitarbeiterInnen, KundInnen, also rechtlichen Formen, Wissen in einer Assemblage, die jeweils neu konfiguriert wurde. Damit lässt sich Software als historische Quelle über den soziotechnischen Wandel lesen. Es kommt dabei die Anwendungsdimension in performativer Aktualisierung zu Tage, wenn eben diese Software ausgeführt wird. Dafür habe ich beispielsweise mit der Computerarchäologie der HU Berlin kooperiert. Eine letzte begriffliche Klarstellung, was meine ich mit der Unix-Zeit Version 6, was hat es damit schon damit auf sich? Sie ist schon in einem Deklarativ ein epochaler Umbruch in der Chronopraktik. Und zwar wird von The Unix Epoch gesprochen. Und damit ist gemeint, Zitat, Darauf basieren heute die meisten Internet-Server, Klammer auf Apache, die meisten Android-Phones, iOS, macOS, Linux. Bei Windows ist es ein bisschen, naja, schwieriger. Da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Um das ein bisschen historisch zu rekonstruieren, wie es zu dieser temporalen Ruptur kam, diese Zeitenwende wurde erst ex post definiert. Ursprünglich im Unix Programmer's Manual von 1971 wurde die Unix-Time definiert als Allerdings, wenn man das in 32-Bit kodiert hatte, merkten die ProgrammiererInnen bald, dass ihnen die Zeit ausgehen würde, weil sie bald nicht mehr in der Lage gewesen wären, die Zeit darzustellen. Deswegen ist die Unix-Zeit, und das ist wichtig, keine ausgearbeitete Zeitgebung, wie beispielsweise der gregorianische Kalender, bei dem am Anfang einmal gesagt wurde, und so ist die Zeit, sondern es ist eine pragmatische Veränderung in der Nutzung. Und damit kam ich auch wieder auf meinen Softwarebegriff zurück. Es ist eine Assemblage. Und 1975 wurde diese schließlich etwas stabilisiert mit der Unix V6, also Version 6, und dieses erste breiten Unix brachte dann die Inkrementierungsrate von einem Herz ab dem 01.01.1970 als Urdatum. Herr Hildmann hatte in der Vorstellung kurz schon erwähnt, dass die Digitalisierung nicht erst 1970 begann. Ich komme zu einer kurzen Vorgeschichte in Deutschland. Bereits seit 1952 setzten ganz verschiedene Institutionen auf Computer, beispielsweise die optischen Werke in Leitz, Max-Planck-Institute, RWE in Essen, hier noch ein elektromechanischer Rechner, aber auch in der DDR, das geht jetzt relativ schnell, können Sie aber alles in dem Datensatz nachlesen, Volkswagen, die Flurbereinigungsdirektion in Bamberg oder in meiner Heimatstadt Ludwigsburg, AEG Berlin, TH Darmstadt, Quelle, alle setzten Sie auf Digitalkomputer. Die TU Dresden wurden auch, also insofern 1957, in Deutschland schon zahlreiche Computer am Laufen und zudem massig Bestellungen. Die Banken folgten dann 1957 in Mainz und Hamburg, lagen damit voll im Trend, sie waren kein Pionier, sondern es gab einen breiteren Trend, vor allem von größeren und Großunternehmen. Auch in der DDR setzte die SED sehr große Hoffnungen auf die neue Technologie, was in längerer technologiepolitischer Linie schließlich dazu führte, dass 1980 400.000 ArbeiterInnen in der Mitroelektronik arbeiteten. Trotz Fehlschlägen und Rückständen gegenüber dem Westen war das eine beachtenswerte Leistung im Vergleich zu anderen sozialistischen Staaten. Also hier eben die DDR im digitalen Zeitalter nicht im Sinne einer Modernisierungstheorie als rückständig zu begreifen, sondern es ist wichtig, hier die Requirements, würde man in der Programmierung sagen, also die spezifischen Anforderungen eines Staates an die digitale Technologie zu berücksichtigen und unterschiedliche Visionen und Vorstellungen von Computern deutlich zu machen. Kommen wir zu der Frage des digitalen Zeitalters. Eben in dieser Umbruchsphase, die auch Döring-Mann-Teufel und Lutz-Raphael ausmachen von etwa 68 bis 1975 mit eben Studierendenprotesten, Individualisierungsprozessen, einer Änderung des Nachkriegsbooms und eben dem Mikroprozessor. Und das habe ich nochmal für die DDR-Kreditwirtschaft jetzt scharf gestellt. Es gab erste Pläne zur Digitalisierung bereits 1962 für eine kollektive Digitalisierung. Ab 1967 kam es dann zu einem forcierten Aufbau eines landesweiten Netzwerkes an Rechenzentren. Ich habe Ihnen hier mal die Karte mitgebracht. Das ist alles Originalquellenmaterial. Es waren insgesamt in den 15 Bezirkshauptstädten Rechenzentren des VEB-Datenverarbeitung der Finanzorgane geplant, zusammen mit dem Ministerium der Finanzen und der Staatsbank, bauten die Sparkassen dieses System auf. Es wurden dabei Erfahrungen aus der Ostberliner Sparkasse ausgeweitet, beziehungsweise auch des Berliner Stadtkontors auf die gesamte Republik. Hier wurde also eine Lösung, lokale Lösung, technisch skaliert. Die ersten Robotronen 300, wie könnte es anders sein, wurden zum 20. Jahrestag der DDR-Gründung am 7. Oktober 1969 installiert. Und, und darauf möchte ich hinweisen, die ersten Massentests begannen dann an jenem 01.01.1970. Die Computer wurden hier installiert, in dem Rechenzentrum, direkt hinter dem Staatsratsgebäude. Es wird also deutlich, wie wichtig Computer für die DDR-Führung waren. Sie residierten direkt hinter dem Zentrum. Der macht, was man aber auf diesem Bild auch sieht, das Rechenzentrum ist noch nicht fertig, beziehungsweise es ist noch eine halbe Baustelle. Die Computer wurden aufgestellt, ohne Rücksicht auf Verluste. Es kam zu zahlreichen Problemen, aber die ersten Erfahrungen, beispielsweise in Dresden, waren so positiv, dass auf Druck der Partei, dass die Rechner nicht dort einfach rumstehen sollten, dass die Umstellung, die Überleitung weiter forciert wurde. Es begann also ab April 1970 das Skalieren des Systems mit massivsten Problemen. Und warum erzähle ich das Ihnen? Es gab Überlegungen der Staatsführung, das abzubrechen. Also wir haben eben diesen Punkt der Bedeutung für die Staatsführung, aber auch diese Frage, es gab noch den Schritt zurück. Die Bankspitze, oder die Frage, gab es den Schritt zurück? Die Bankspitze hielt an den Plänen fest und das ging nicht nur mit der Überzeugungsfähigkeit der Finanzorgane zusammen, sondern auch, dass inzwischen ein Schritt gegangen war, der nicht mehr zurückzugehen war. So sprach der Minister der Finanzen, Siegfried Böhm, hier auf der linken Seite, im Herbst 1970 dazu, wie weit man denn schon in das digitale Zeitalter vorangeschritten war. Eine Wiedereinführung der herkömmlichen Arbeit sei nicht möglich, weil, so das Zitat weiter, in den bereits übergeleiteten Bankfilialen und Sparkassen, die dafür erforderlichen Menschen nicht mehr zur Verfügung stehen. Zudem seien die Belegmenge derartig angeschwollen, dass mit diesen hergebrachten Methoden sie nicht mehr bearbeitet werden könnten. Kurzer Blick hinter die Kulissen der Digitalisierung. Digitalisierung lag dabei häufig in Frauenhand. Dieses System hochleistungsfähig wurde aber von Frauen, die Belege tatsächlich digitalisierten, also abtippten und in digitale Form brachten, also Computer lesbar machten, beruhte auf deren Schultern und gleichzeitig wurden sie zu Sündenböcken, wenn die Digitalisierung nicht funktionierte. Beispielsweise gab es defekte Prüfgeräte, das wurde aber nicht Robotronen dem Hersteller angelastet, sondern den Frauen. Hier haben wir also soziale Bruchlinien des digitalen Zeitalters, auch in der Digital Literacy. Ein weiteres Argument, was man hier im Hinblick auf den Beginn eines digitalen Zeitalters machen kann, ist, dass eigentlich die komplette Bevölkerung der DDR Bescheid wusste, denn die Kreditinstitute beziehungsweise die Finanzorgane informierten über die EDV-Einführung, verschickten über 5 Millionen Schreiben an einen Großteil der arbeitenden Bevölkerung und damit lässt sich erstens feststellen, Großteil der Bevölkerung wusste Bescheid und zweitens war indirekt betroffen, denn fortan, oder auf diesem System, was ich gezeigt hatte, deren Zahlungsverkehr digital abgewickelt, ob sie wollten oder nicht. Für die Bundesrepublik, das möchte ich hier nur ganz knapp zusammenfassen, lassen sich ähnliche Befunde stellen. Die Sparkassen waren anfangs eher spät dran, aber sie sind interessant, vor allem deswegen, weil sie einen höheren Marktanteil hatten. Also ich habe hier nochmal aus meiner Heimatstadt Ludwigsburg ein Quellendokument mitgebracht, wo Sie auf der linken Seite die Magnetbänder sehen, auf denen dann die Daten der KundInnen der Ludwigsburger Sparkasse routen und damit wird auch deutlich, Ludwigsburg ist jetzt keine Großstadt, auch mittlere und kleinere Institute machten sich auf den Weg in das digitale Zeitalter und Stichwort kleine und Kleinstinstitute schlossen sich zu Buchungsgemeinschaften zusammen. Das ist ein Bild 1968 aus Bad Nendorf, das ist in Niedersachsen, eine Honeywell H200 oder H200 Großrechner, der eben gemeinschaftlich geteilt wurde. Also hier geht es erstens bis in die Regionen, die Peripherie oder zumindest in die ländlichen Regionen, beispielsweise Bad Nendorf und zweitens auch kleinere und kleinste Unternehmen. Und wie gesagt, die Kreditwirtschaft war hier kein Pionier, sie war eher breiterer Trend und schloss sich dann in einem Großrechenzentrum, Verbandsrechenzentrum ähnlich derer, der DDR zusammen. Das möchte ich jetzt nur hier besonders betonen, auch eine Tabelle aus meiner Dissertation, dass damit eine Infrastruktur geschaffen wurde, die bis heute den Zahlungsverkehr und die Daten der SparkassenkundInnen dominiert. Nach internen Digitalisierungsprozessen strebten die Banken auch eine zwischenbetriebliche Kommunikation digitaler Form an. Darüber gab es zehn Jahre enorme Konflikte, die freie Programmierbarkeit des Computers ermöglichte schließlich, dass es eine Lösung geben konnte, nämlich im Routing der Überweisungen, sodass jeder Liquidität im eigenen System behalten konnte. Und ab 1970 begann die automatische Beleglesung per OC-Ocra oder OCRA und das Datenträger-Austauschverfahren. Und hier das ähnliche Argument, so sagte der Chef, Technikchef der Deutschen Bundesbank, Rolf Engler, Zitat, während man in der Aufbauzeit noch die Zweiganstalten notfalls veranlassen kann, ihr Material vorübergehend wieder einmal konventionell zu verarbeiten, ist dies nach Abschluss der Aufbausphase deswegen nicht mehr möglich, weil inzwischen die ja beabsichtigten Folgerungen aus der Umstellung auf den automatisierten Einzugsverkehr gezogen worden sind. Vorsorglich ist ausscheidendes Personal schon vor Monaten nicht ersetzt worden. Die entsprechenden Checkabrichtungsmaschinen sind abgemietet worden und so weiter. Es ging also nicht mehr ohne Computer. Zu den signifikanten Charakteristika des digitalen Zeitalters gehört beispielsweise die Nutzung von umfangreichen persönlichen Datenbeständen, Klammer auf, zu Werbezwecken, Klammer zu. Da lassen sich die Kreditinstitute auch sehr schön heranziehen. Es wurden intern Nutzerdaten gewonnen über Digitalisierung und dann für interne Zwecke. Benutzt natürlich im Rahmen der Datenschutz des Bankgeheimnisses. Datenschutz ist hier ein zweiter Punkt. Hessische Datenschutzgesetz 1971, also hier auch eine Institutionalisierung des Datenschutzes als Signum und als Merkmal, dass das digitale Zeitalter sich durchsetzte. Selbstbedienungskonzepte, also die Verlagerung von Arbeit auf Endkundinnen, ist ein weiteres Signum des digitalen Zeitalters und da lässt sich die Einführung von Geldautomaten und Kontosauszugsdruckern festmachen. 1968 Tübingen, 1975 der erste Kontoauszugsdrucker in Köln. Es wurde also die Infrastruktur des digitalen Zeitalters aufgebaut, natürlich aber auch noch mit Grenzen. Auch die Vernetzung, da wurde ja schon kurz erwähnt, eben vom Internet, vom ARPANET zum Internet, lässt sich hier subsumieren. ARPANET 1968 bis 1972, erste Präsentation Internet, dann 1975, erste Präsentation 1975. Also hier auch Vernetzung als Signum des digitalen Zeitalters fällt eben in den Beginn der 1970er Jahre als Umbruchszeit. Es verdichteten sich dort zahlreiche Entwicklungen. Welche Entwicklungen verdichteten sie sich noch? Das lässt sich an den Sicherheitsbehörden zeigen. Das Projekt, was Rüdiger Bergien am ZZF Potsdam durchführte, zur Staatssicherheit. Diese importierte 1969 einen Siemens-Computer und setzte darauf das System zur Informationsrecherche auf, verarbeitete damit enorme Datenmengen zur Überwachung der Bevölkerung, ähnlich der BND, der IBM-Maschinen anschuf. Gleichzeitig, und damit möchte ich auch die Ambivalenzen deutlich machen, wurde dadurch kein Big Brother geschaffen, so Rüdiger Bergien, sondern es gab durchaus auch den Eigensinn der Abteilungen, die nach den eigenen Interessen digitalisierten, beispielsweise besagte HVA. Im Bereich des Staates und der staatlichen Daseinsvorsorge hat Thomas Kasper für die Rentenversicherungen zeigen können, wie ebenfalls früh Computer eingesetzt wurden und da finde ich besonders schön, wie sich das digitale Zeitalter nachweisen lässt. 1957, also es wäre so diese Anthropozän-Zäsur, wurden schon mit Computern und Lochkartenmaschinen gedacht, aber die Rentenreform von 1972 war nur möglich mit dem Computer. Es wurde eine gewisse Flexibilisierung von Rentenzahlungen eingeführt, es wurde eine Transparenz, dass jeder schnell, relativ schnell seinen Rentenstand zukünftig auch erfahren konnte und die Rationalisierung, das hätte 57 wohl auch noch geklappt, aber vor allem Flexibilisierung und Transparenz flossen hier in Gesetzesform. Mit Computern wurden Gesetze gemacht. Fürs Militär lässt sich eine massive Anschaffungswelle, so Janine Funke, die noch an ihrer Doktorarbeit am ZZF arbeitet, feststellen, im Übergang ins digitale Zeitalter. 34 IBM 360, also wirklich massive Anschaffungen 1966 bis 1970. Wie war das möglich? Es war möglich, durch eine massive politische Förderung in der Bundesrepublik im Rahmen des ersten Datenverarbeitungsprogramms. Janine Funke stellt hier eine besonders spannende Frage, wie ich finde, nämlich sie fragt, was eigentlich die weiblich konnotierte Maschine des Computers, Büroarbeit, Kopfarbeit, Software, für das Männlichkeitsideal des Soldaten, beispielsweise Körperlichkeit, in einer neuen Zeitrechnung hatte. Die Grenzen der These des digitalen Zeitalters liegen in der gesellschaftlichen Computernutzung. Die Hacker sind natürlich vor allem ein Phänomen der 1980er Jahre in der Bundesrepublik, deswegen weiche ich hier so ein bisschen aus auf die USA. Der MIT-Modelleisenbahn-Club wurde in den 1970er Jahren politisch und die Hardware-Hacker in San Francisco mit dem Anspruch, Technologie für jedermann verfügbar zu machen, nahmen eine gegenkulturelle Aufladung der Technik vor. Hier links im Bild Wauw Holland, der an einer Telefonzelle hackt und das zeigt auch in seiner ganzen Auftreten diesen Anspruch vom Counterculture to Cyberculture. Aber auch in der hochgedanklichen Welt der Philosophie wurde gesellschaftliche Technikkritik gesellschaftsfähig. Hier, das hat Kevin Ligieri betont, der mit mir zusammen an der TU Darmstadt arbeitet, war es nicht die Kritik am Computer als Maschine an sich, sondern die durch die Kubernetes aufkommende Analogisierung zwischen Denken und Rechnen, dem Organismus und Organisation und damit zwischen Mensch und Maschine. Und hier regt sich der Widerstand von Adorno. Ich hätte jetzt noch ein Audio-Zitat, aber das angesichts der fortgeschrittenen Zeit überspringe ich, aber auch Heidecker, Gehlen und Co. waren in ihrer Beschäftigung mit dem Computer intensiv an einer gesellschaftlichen Kritik beteiligt. Es kam aber auch zu gesellschaftlicher Technikaneignung, wie Michael Homberg am ZZF gezeigt hatte, mit dem Beispiel des Computer-Datings, wie sich hier links zeigen lässt, an einer IBM 360 die Heiratsvermittlung per Computer, und zwar im Jahr 1967. 1968 als popkulturelles Phänomen sang Franz Gall vom Computer Nummer drei und Hombergs These ist, dass sich in den 70er-Jahren das Computer-Dating normalisierte und das führt eben zu dieser These des digitalen Zeitalters auch hin, dass eben Digitalisierung zu einem Betriebszustand wurde. Es lässt sich also eine klare Linie der Technikaneignung und Verhandlungen des Mensch-Maschine Verhältnisses feststellen, bis hin zum Tamagotchi, wie Martina Hessler von der TU Darmstadt jüngst in ihrem Historikertag Vortrag unter Beweis gestellt hat. Sie hat auch einen schönen Aussatz geschrieben zu Schachcomputern der 1980er Jahre als gesellschaftliche Aneignung von KI. Und dabei möchte ich nur hinweisen, dass die erste Computerschach-WM 1974 stattgefunden hat und mit einem klaren Sieg von Kaiser gegen alle KonkurrentInnen endete. Also nicht nur Magnus Karlsson heute, sondern 1974 künstliche Intelligenz gewinnt Schach. Also eine längere Linie der KI-Anwendungen, die beispielsweise sich auch in Prognose-Software von Ölbohrungen in der DDR, wie ich letzte Woche in einem Vortrag zur Geschichte der KI der DDR gezeigt habe, ziehen lässt. Das digitale Zeitalter lässt sich auch nachweisen in der Frage nach Wissen und Wissenschaft. Hier wurde Simulation, ein ganz wichtiger Kernbegriff des digitalen Zeitalters, zur Methode. Links sehen Sie, wie Sie wahrscheinlich alle kennen, die Berechnungen des Club of Rome von 1972. Und hier wurde eben Computerberechnung zu einem Wissensproduzenten. Klimamodelle, Bevölkerungsentwicklungen wurden berechnet mit dem Computer. Expertensysteme, das hat Jakob Tschandl, mein Kollege an der TU Darmstadt, gezeigt, hatten hier erste Anwendungen oder erste gedankliche Vorläufer, wie beispielsweise das Mais-Sinn-Projekt zur Definition von chemischen Molekülen. Und hier ist ein wichtiger Punkt, was ich auch mit den Sparkassen zeigen konnte, Daten wurden plötzlich als Rohstoffe wahrgenommen. Das ist stark zu kritisieren, aber es lässt sich auch erst mal als Befunde sehen. Ambivalenzen, das ist hier auch zu betonen, ist natürlich, ist das eigentlich nicht eine Fortsetzung der Moderne, also der linearen Vorstellung. Also es ist hier eine Ambivalenz des Computers zwischen linearer Regression und No Future, das wäre das Stichwort von Fernando Esposito aus Tübingen, heute Konstanz, festzustellen. Ich habe hier drei Punkte aufgeführt, weswegen ich sagen würde, was verändert sich? Also der Computer wird eben zu breiten Technologie, der Computer wird zu einem Netzwerk, das verändert sich hier, also Individualisierung, Vernetzung und die Individualisierung, auch diese Entwicklung technischer Natur vom Mainframe zum Personal Computer. Ein wichtiger Punkt für das digitale Zeitalter ist auch die Leitwissenschaft der Informatik, auch diese wurde in jedem Zeitraum, die ich als Epochenbruch ausmache, institutionalisiert. 1967 der Studienzweig der Mathematik Informationsverarbeitung, es wird als erster Informatik Studiengang betitelt, aber ich würde darauf hinweisen, dass 1963 bereits an der Hochschule für Ökonomie in Karlshorst der DDR die Vertiefung Datenverarbeitung und Informatik angeboten wurde, noch nicht unter dem Begriff, aber zumindest unter Datenverarbeitung. 1968 dann mal die TH Darmstadt in meiner Heimatuniversität mit dem Studienplan Informatik, 1969 dann in der DDR die TH Dresden. Noch ein Punkt noch mal kurz zurück, die Gründung der Gesellschaft für Informatik, also 1969 als Institutionalisierung, das lässt sich eben zusammenfassen, als Institutionalisierung der Informatik, als Leitwissenschaft. Heidi Schweigert zeigt am Beispiel von SAP, wie das 1972 aus der IBM ausgegründet wurde, wie auch die 1970er-Jahre in diesen Epochenbruch sich gut einordnen lassen, als Beispiel für eine aufstrebende Softwareindustrie, Programme gewannen an Bedeutung und Software allgemein. Software as a Service würde man es heute nennen, damals war es die DATEV und Franz-Josef Strauß, der das Rechenzentrum in Nürnberg hier markant eröffnet und da man zeigt sich noch mal, wie sich eigentlich die Digitalisierung zu einem High-Level-Problem entwickelt hatte, also die Politik nahm es wahr. Hier noch mal hier weiterführend zur Wirtschaft. Die DDR setzte Ende der 1960er-Jahre eben zu jenem großen Sprung an und das betraf nicht nur die Banken, das wollte ich mit dem Bild vor allem zeigen, sondern auch den VEB-Umformtechnik Erfurt, also die Energiewirtschaft. Auch Energieversorger setzten früh auf Computer, auch in der GSSR hier beispielsweise und das ist eine wunderbare architektonische Verbindung aus Rechenzentrum auf der linken Seite und Gasröhre auf der rechten Seite 1976 das Hauptquartier von Transgas in der GSSR. Damit wurde dann in der Logistik hängend damit zusammenhängend auch Computer eingesetzt, also Logistikprozesse wären ohne Computer nicht mehr denkbar gewesen, beispielsweise aufgrund der Transportrotten, Routenoptimierung, Buchungssystemen, Frakturierung, vor allem Fluggesellschaften und Bahnbetreiber, wie ich mit meinem Datensatz gezeigt habe. Das betraf dann die Industrieproduktion generell, Annette Schumann, Rüdiger Hachtmann vom ZZF haben das gezeigt, aber auch Julia Erdogan und Nora Tourade jetzt jüngst in der Vorgeschichte der Industrie 4.0, eine sehr empfehlenswerte Publikation. Meine Chefin Martina Hessler hat aber auch auf die Grenzen dieser These nochmal hingewiesen. Die Prozesssteuerung lässt sich vor allem bei flüssigen Werkstoffen feststellen in der Produktion oder in den Produkten der Chemiebranche, während sie am Beispiel der Halle 54 gezeigt hatte, dass eben eine vollautomatische Fabrik keineswegs realistisch war. Ich fand sehr schön, wie Julia Erdogan vor ein paar Tagen das in einem Tweet wirklich auf den Punkt gebracht hat, denn sie weiß auch nicht so recht, warum die Integration von Computern in die Produktion sich eigentlich so schwierig gestaltete. Hier also ein paar Worte zu den Grenzen der Digitalisierung, bevor ich dann auch zu dem Fazit komme, denn ich möchte gerne mit Ihnen intensiv über diese These des digitalen Zeitalters diskutieren. Die Baubranse ist ein schönes Beispiel, wie Timo Leinbach gezeigt hatte, dass die Computer keineswegs ubiquitär eingesetzt wurden, sie waren, so würde ich dann aber dagegen halten, trotzdem oft Nutzer von Rechenzentren und in der Architektur, Konstruktion und Material, Wissenschaft und Wirtschaft wurde mit Computern gearbeitet, beispielsweise in Mainz als 1962 die erste Spannbetonbrücke mit einem Rechner einer Bank berechnet wurde, weil da Rechenzeit frei war. Die private Computernutzung hatte ich ja schon angedeutet, schwierig, weil eigentlich in Deutschland erst später auf der anderen Seite die Entwicklung des Mikrochips 1991 durch die Intel Ingenieure super wichtig, Integration, Integrated Circus, Integration von ganzen Prozessoren auf einem winzigen Mikrochip, aber auch die gedanklichen Vorarbeiten Ted Nelsons mit seiner Computer Lib 1974, die Gründung des Homebrew Computer Club 1975, also hier sind die technischen und gedanklichen Grundlagen des digitalen Zeitalters in den USA gelegt. Man muss aber natürlich betonen, das hieß keineswegs, dass es sich danach so entwickeln musste, aber es hat sich so entwickelt. Die weitere Frage, die ich ja gestellt hatte, war die der Globalisierung. Es lässt sich Computereinsatz von China über Südafrika bis nach Brasilien, von Indien, Klammer auf Michael Homburg und seine Habilitation am ZZF zu und den Nahen Osten bis in die Arktis feststellen. Globale Computernetzwerke und Finanzströme beruhten auf digitaler Computertechnologie. Es kam zu einer digitalen Vermessung der Welt mit Satellitentechnik. Aber ich möchte auf die Ungleichräumigkeit des Gleichzeitigen, so ein Zitat von Fernando Esposito und die Tübingen hinweisen, denn Digitalisierungsprozesse gab es keineswegs überall in derselben Intensität. Es gab ein Global Digital Divide, wie Manuel Castells auch betont hatte. Und es gab auch nationale Bruchlinien von Ungleichheiten. Und da ist natürlich auch zu fragen, inwieweit man oder HistorikerInnen oder diese These auch dem Problem von Digitalisierung als neue Moderne oder neue Modernisierung auf den Leim geht. So die These auch von Jürgen Daniel zu digitalen Moderne nochmal kritisch zu hinterfragen, wäre mir wichtig. Ich komme zum Schluss. Anfang der 1970er Jahre ging es nicht mehr ohne digitale Computer und ihre Software. Es lässt sich der Beginn eines digitalen Zeitalters feststellen, so mein Befund. In der Kreditwirtschaft, Polizeibehörden, Rentenversicherung, Energieversorgung, der chemischen Industrie, der Politik, beispielsweise im Bundestag, der Bundesbahn und der Bundespost, sind zentrale Bereiche gesellschaftlichen, staatlichen und ökonomischen Lebens digitalisiert. Ziffernmäßig zählendes, nicht unbedingt binäres Prinzip wurde in zahlreichen Lebensbereichen dominant. Es zählt, was gezählt werden kann. Es existiert, was online ist und so weiter. Aber auch auf dieser übergeordneten Ebene, das heißt, digital meint eben nicht nur binär, entweder oder, das wird häufig eben auch in kultur- und kulturkritischen und gesellschaftstheoretischen Aufsätzen verwechselt. Ich möchte dabei vor allem Kernprozesse wie Flexibilisierung durch Software betonen, eine Virtualisierung und das Moment der Simulation. Der 01.01.1970 dient dabei als symbolisches und vielleicht auch ein bisschen pointiertes Startdatum des digitalen Zeitalters. Es ist das Standarddatum in Unix und damit in fast allen Computern jenseits der Windows, Windowswelt. Es lässt sich verbinden mit der These eines verdichteten Wandels, Zitat, revolutionärer Qualität, Zitat, Ende in der Zeit des Strukturbruchs, so Anselm Düring-Mann-Teufel und Lutz Raphael, die natürlich auch jede Menge Kritik für ihre These einstecken mussten. Das Anthropozän als Gegenperiodisierung halte ich aus digitalhistorischer Perspektive nur bedingt für passend. Warum? Weil Digitalisierungsprozesse da noch in den absoluten Kinderschuhen steckten, Analogcomputer sogar eigentlich die häufigeres Form waren, die anzutreffen waren. Es fehlte also die Breitenwirksamkeit um 1950 und die Betonung der Anthropozän-Debatte liegt auch meines Empfindens auf anderen Prozessen, also Umwelt. Was nicht unbedingt aus dem digitalen Zeitalter exkludiert werden soll, das möchte ich nicht sagen, aber die Debatte um das Anthropozän ist eben auch gerade aus der Geologie her stammend. Ich bin deswegen der Meinung, dass hier eine gegenseitige Inspiration stattfinden kann, beispielsweise im Hinblick auf Umweltprozesse oder im Hinblick auf die expansive Logik der Digitalisierung. Denn zumindest in den Banken führte es zu einer expansiven Logik, die natürlich auch kapitalistischen Systemen immanent ist. Also hier wieder die Frage, Digitalisierung eigentlich nur Kapitalismus im Wolfspelz, Schafspelz. Ich habe den Vortrag heute auch auf die Fachgruppe Computergeschichte der Gesellschaft für Informatik, deren treibendes Mitglied ich bin gesetzt und da kam auch gleich nochmal jede Menge Protest, nämlich ob sich digital denn mit elektronisch verknüpfen ließe, ob Digitalisierungsprozesse nicht älter sind und ob die 1970er Jahre sich nicht eigentlich vor allem durch eine Technik-Skepsis und diesen Abschied vom Großen auszeichnen. Das ließe sich diskutieren und ich gehe gerne in der Diskussion auf diese Punkte ein. Computer und Moderne, das ambivalente Verhältnis hatte ich schon erwähnt, also Computer als eigentlich eine Technologie der Hochmoderne. Die Problematik einer Monokultur technisch begründeter Zeitalter steht hier gegenüber dem Universitalitätsanspruch des Digitalen, also das Zeitalter des Atoms, das Atomzeitalter, das Fernsehzeitalter, Computerzeitalter, Informationszeitalter und jetzt komme ich mit dem digitalen Zeitalter. Hier würde ich sagen und beziehungsweise jetzt kann man sogar noch weitergehen und sagen, ach das ist ja auch eigentlich schon wieder ein Hut von gestern, es kommt jetzt das Zeitalter der künstlichen Intelligenz oder die Singularität, also was bringt es uns HistorikerInnen eigentlich hier diese Zäsur auszurufen. Ich würde hier mit dem Universitätsanspruch des Digitalen nach Turing argumentieren, dass es sich bei einem, bei dem Computer, bei dem digitalen Computer und der digitalen Informationstechnologie und Kommunikationstechnologie um eine fundamental andere Technologie handelt, die eben universalen Charakters ist und deswegen es legitim ist, das mit einem Zeitalter zu verknüpfen, aber auch dafür habe ich auch schon zahlreiche Kritik geerntet, inwieweit man hier eigentlich den Computer zu zentral stellt. Hier ist die Debatte um Decentering the Computer wichtig. Warum setzen wir also als HistorikerInnen überhaupt Zäsuren? Beispielsweise lässt sich das schön einen der Digital Humanities, um damit meinen Vortrag abzurunden, zeigen. Die DH schreiben gerade ihre eigene Geschichte und warum tun sie das? Um erstens Legitimität und Institutionalisierung zu erreichen und zweitens, um auch Orientierung zu finden, zu erfahren, was ist uns wichtig, wie ist es uns wichtig, was war uns eigentlich wichtig und damit den Kern eines Faches zu bestimmen und da sind gerade der Computer als Zäsur ganz wichtig, weil es auch für die Digital Humanities in deren Debatte eine wichtige Rolle spielt. Ich habe leicht überzogen, möchte mich dafür entschuldigen und bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und allen, die bisher durchgehalten haben. Ich freue mich über Anregungen per E-Mail, bin auf Twitter und kann empfehlen, auch mal einen Blick auf unseren Blog zu werfen www.computerisierung.com und bin jetzt sehr, sehr gespannt auf die gemeinsame Diskussion.